Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute wird es mal wieder Zeit für die Schlümpfe und zwar eine App von Budgie Studios. Zocken wir heute die App für diejenigen mit euch, die den Titel schon gelesen haben, wissen Bescheid. Und zwar spielen wir heute die Schlümpfe, die Spiele. Ja, da kann man verschiedene kleine Spiele, mini spielen. Hallo Sportfam, bist du der Herausforderung der Schlumpfspiele gewachsen? Du kannst in sechs verschiedenen Disziplinen Medaillen gewinnen. Hm, okay. Basketschlumpf, Schlumpf und Bogen und Schlumpfsprint. Mit jeder Medaille werden zudem weitere Schlümpfe freigeschaltet, mit denen du spielen kannst. Und sobald du alle Medaillen gewonnen hast, schaltest du mich heftig schlumpffrei. Bist du dabei? Super! Achtung, fertig, los! Ja, los geht's, würde ich mal sagen. Und zwar, wo fangen wir denn an? Schlumpfen und Rutschen, hört sich doch interessant an. Schlumpfen und Rutschen, juhu! Okay, nehmen wir mal jetzt hier Schlumpf. Jetzt nicht mega schnell, aber gut. Müssen wir auch welche freischalten? Ja, fanden wir jetzt gerade erstmal. Beide Disziplin, Schlumpfen und Rutschen, sind deine Reflexe gefragt. Springe oder Rutsche, um an allen Hindernissen vorbeizukommen, die Gargamel auf seine Tischplatte gestellt hat. Ach, Gargamel. Zeige mir jetzt, wie weit du kommst! Ich komme ganz schön weit, sage ich. So springen wir, okay. Reagiert auch ganz ruhig. Yes! Die erste Medaille bei den Schlumpfspielen. Durchs Buch. Gut gerutscht. Wie tief kommst du runter? Gut gemacht. Ja, wenn ich da rüber, dann da runter. So sieht's aus. Gut, du, du, du. Oh, ja, ganz gläser. Jetzt wird der Abschnitt immer kürzer. Man erkennt, man erkennt nicht immer direkt. Okay, jetzt wird er schneller. Wow, 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 wow. Du bist darüber hinweggeflogen. Ey, ich hab doch gedrückt. Ah, ich hab doch gedrückt. Ich hab nur nach unten gewischt. Na, egal. Du hast den lila Schlumpf freigeschaltet. Yes! Lila Schlumpf ist frei. Du hast die Bronze-Medaille gewonnen. Langsam wird es interessant. Vielleicht müssen wir Gold gewinnen. Aber vielleicht versuchen wir jetzt mal Basketball-Schlumpf. Basket-Schlumpf. Gib der Niederlage einen Kopf. So, wie ist das? Violett-Schlumpf. Du hast den lila Schlumpf freigeschaltet. Du wirst dann... Sieht ein bisschen wütend aus. So. Basket-Schlumpf. Behalte die Wurf-Uhr im Auge, denn du musst vor Ablauf der Zeit... Okay. Ja, das läuft aber. Nein! Man! Joach. 115. Ah, ist wieder eine Bronze. Hm, 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 hm. Das muss aber besser werden. Du hast große gewonnen. Zeig mir jetzt, wie du Silber holst. Holen wir uns doch jetzt mal Silber. Ich weiß auch nicht, ob man sich direkt jetzt Silber holen kann, oder ob das jetzt erst kommt. Was ist das mit dem hier Geschicklichkeit? Nehmen wir mal Handyschlupf. Dann kriegt das mehr. Wir brauchen 60 Punkte für Silber, wenn ich das richtig sehe. Ein Schlumpf. Ein Schlumpf. Ein Schlumpf. Ein Schlumpf. Jetzt haben wir schon die Silber. Wir haben schon die Silbermedaille. Oh, jetzt läuft's aber. Perfekt gezählt. Jetzt läuft's aber. Jetzt läuft's aber. 254, Leute. Das nenne ich mal Schlumpf-Tastig. So, Silber haben wir. Versuchen wir es jetzt mal mit der Goldmedaille. Und da ändert sich hier auch der Schlumpf. Und jetzt müssen wir Gold holen, Leute. Auf geht's! Wie viel brauchen wir, Flugfreude? Toulouse, ja, den nehmen wir mit. So 200 brauchen wir. Na, das nenne ich mal Basketball-Star hier. Wie viel mehr als eben, Leute. Wow! 361 Punkte, Leute. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Du hast Jockey freigeschaltet. So, damit haben wir jetzt auch die Goldmedaille im Basketball-Basket. In der Disziplin Basket-Schlumpf geholt. Ist das vielleicht noch eine neue? So, da sind wir mal gespannt. Können wir hier... Willkommen beim Schlumpf, Paulin. Hier bringen dir Saltospunkte ein. Aber sei vorsichtig. Willkommen beim Schlumpfsprint So, versuchen wir mal das Schlumpfrutschen So, Jokey Wir nehmen mal Jokey 300 brauchen wir jetzt Dafür Nochmal drüber Hey, ich bin auch runtergegangen Da hat das Ding nicht reagiert 300 haben wir Und das reicht hier auch 300 haben wir erreicht Das heißt Silbermedaille haben wir Holen wir uns doch die Goldmedaille So, schlumpfen und rutschen Um die Goldmedaille zu holen Den haben wir denn jetzt hier freigeschaltet Das ist Schlaubi Den nehmen wir mal mit Der ist in Spring sehr gut Der hat auch viermal Leben Das reicht, weiß ich gar nicht Du bist darüber hinweg geflogen So sieht's aus Wie tief kommst du runter Gut gemacht Ja, wenn ich da rüber Dann da runter 700 müssen wir erreichen Das kann natürlich ein bisschen kritisch werden Ich hab doch ich verstehe ich gar nicht. Du bist darüber hinweg geflogen. Ich bin noch drunter gekommen, Mensch. Na egal, wir haben 700 geholt. Das heißt, wir haben auch hier die Goldmedaille, Leute. Die Schlümpfe, oder die Schlumpfspiele, besser gesagt. Von Batschi Studios. Was sagt ihr dazu? Schreibt es doch in die Kommentare. Und schlumpfen und rutschen, Leute. Das gefällt uns doch. Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Beim nächsten Mal würde ich dann sagen... Wollt ihr noch weitere Disziplinen sehen? Schreibt es doch in die Kommentare, Leute. Also ich fand gerne einen Daumen hoch. Wenn wir so gerne einen Daumen hoch haben. Leute, gar kein Problem. Aber lasst doch ein Abo da. Hier für die Schlümpfe. Oder für uns auch. Für mehr Apps und Games. Für mich. Oder auch die Nina. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschaui! Tschaui..